14. Noch lange vor der Morgendämmerung führte Cyber die Bande zurück zu ihrem Versteck. Der Blizzard hatte so schlimm und anhaltend gewütet, dass er nicht nur ihre Reisepläne über den Haufen geworfen hatte, so wie die vieler Menschen, sondern ganz Caldwell in eine Geisterstadt verwandelt hatte. 15. Es fuhren keine Autos auf den zugeschneiten Straßen. Es liefen keine Passanten auf den unpassierbaren Gehwegen. Sie hatten in der vergangenen Nacht nach Xor gesucht, zum letzten Mal, wie sie geglaubt hatten. Doch nachdem sie an der Ostküste festsaßen und ihr Flug über den Atlantik verschoben worden war, hatten sie noch mal, diesmal aber wirklich zum letzten Mal versucht, ihren verschollenen Anführer zu finden. Erfolglos. So wie in all den Nächten zuvor. Ob es am Sturm lag oder... Ach, wem machte er was vor, dachte Cyber, als sie um die Ecke in eine Gasse bogen, die ihnen mittlerweile wohl vertraut war. Xor war endgültig von ihnen gegangen, vermutlich in sein Grab. Sie mussten der Suche ein Ende setzen, denn jetzt waren sie nicht nur frustriert, sondern auch noch völlig durchgefroren. Sie sollten sich ausruhen, denn sobald es morgen dunkel würde, mussten sie sich um einen neuen Flug bemühen oder eine andere Möglichkeit finden, ins alte Land zurückzukehren. Das einzige, worauf er sich freute, war ihre alte Burg. Das leerstehende Restaurant, in dem sie seit einiger Zeit kampierten, war besser als einige der anderen Lagerstätten, mit denen sie sich im Laufe der Jahrhunderte begnügt hatten. Aber es war nichts im Vergleich zu dem Steinbau im alten Land, mit seinen vielen Kaminen. Immerhin hatten sie das Beste aus ihrer Bleibe gemacht. Sie hatten einen Tunnel ins Nebengebäude gegraben, um sich einen Fluchtweg zu sichern und die anderen leeren Geschäfte überblicken zu können, für den Fall, dass in dieser verwahrlosten Gegend Menschen auftauchten. Ei, er war froh, wenn sie hier wegkamen, auch wenn es traurig war, dass sie ihren Anführer zurücklassen mussten. Cyper war als Erster an der Tür und bezog gemäß ihrer üblichen Vorgehensweise seitlich Position, während seine Kameraden die Tür öffneten und nacheinander reingingen. Nicht, dass es etwas gab, wogegen er sich hätte schützen müssen. Gäbe es doch regelmäßig solche Stürme, dachte er, so dass die Menschen dauerhaft in ihre Häuser getrieben würden. Sün ging als Letzter rein. Dann ließ Cyper nochmal den Blick durch die verschneite Gasse und über die traurigen Gebäude gegenüber streifen, ehe er selbst nach drinnen verschwand, wo es zwar nicht wärmer, aber deutlich windstiller als in der Straße war. Es war eine Erlösung, als ihm kein Schnee mehr in die Augen trieb und er wieder richtig hören konnte. Als sie den Schnee von den Stiefeln traten und ihre Mützen und Handschuhe abschüttelten, erinnerten ihn die Geräusche an eine trampelnde Herde, begleitet von Vögeln. Nicht, dass er je etwas derartiges gesehen hätte, aber so würde es sich vermutlich... Was riecht hier so? fragte einer der Männer. Jemand war hier, erwiderte ein anderer. Sobald sie die Gegenwart eines Eindringlings bemerkt hatten, nahmen sie eine Abwehrposition ein, suchten sich einen festen Stand, zückten ihre Waffen. Aber es war nicht... Schießpulver oder eine Leuchtfackel. In diesem Moment ging die Tür direkt hinter Scyper auf und mit der Kälte wehte ein Geruch rein, der alles zum Stillstand brachte. Der Geruch und die Statur des Kerls, der den Türrahmen ausfüllte, zusammen mit der Autorität, die er ausstrahlte. Die Tür schloss sich langsam und noch immer rührte sich keiner. Scyper hatte nicht mehr geglaubt, diese Stimme je wieder zu hören. Doch jetzt sprach sie ganz deutlich. Wollt ihr euren Anführer nicht begrüßen? War ich so lange fort? Unsicher tat Scyper einen Schritt in die Dunkelheit. Und noch einen. Dann griff er mit zitternder Hand in die Jacke, zog eine batteriebetriebene Taschenlampe raus und schaltete sie ein. Es war Xor. Ausgezerrter und älter als in seiner Erinnerung. Doch ganz eindeutig Xor. Scyper streckte die Hand nach ihm aus und berührte die kräftige Schulter. Dann, ja, auch das Gesicht. Du lebst, hauchte er. Ei, flüsterte Xor. Gerade so. Aber ich lebe. Scyper wusste nicht, wer sich zuerst bewegt hatte. Er oder sein Anführer. Doch plötzlich fielen sie einander in die Arme. Und die Gegenwart verschmolz mit einer Vergangenheit, in der es immer den Vampir gegeben hatte, der jetzt auf wundersame Weise wieder vor ihm stand. Mein Bruder. Ich dachte, diese Nacht würde ich nie erleben. Scyper schloss die Augen. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Ich auch, sagte Xor heiser. Ich auch. Als Scyper zurücktrat, kam Balthasar und auch die anderen. Einer nach dem anderen umarmten sie den Anführer ihrer Bande und klopften ihm grob auf die Schultern. Sollten sich Tränen in ihren Augen gebildet haben, so wurden sie nicht vergossen. Aber niemand fand seine Stimme. Selbst Scyn ließ sich kurz umarm. Tiefer betroffen noch als alle anderen. Und stumm. Ihre Anstrengung, Xor lebend zu finden, hatten sich bald unausgesprochen auf eine Entschlossenheit reduziert, ein wenig Frieden darin zu finden, von seinem Schicksal zu erfahren. Oder wenigstens seine sterblichen Überreste zu bergen, die sie begraben konnten. Dass sie ihn wiedersehen würden, hatte bald keiner mehr zu hoffen gewagt. Er ist recht nicht lebend. War es die Bruderschaft? fragte Balthasar. Haben sie dich gefangen? Ei. Augenblicklich hob ein pulsierendes Knurren in der kalten, reglosen Luft an, wie von einem Rudel Wölfe, das zum Leben erwacht war. Das Geräusch versprach Vergeltung für das, was einem von ihnen angetan worden war. Nein, sagte Xor. So einfach ist das nicht. Xor hatte sich auf der anderen Straßenseite verborgen, wo er den Eingang des verlassenen Restaurants im Blick hatte und sehen konnte, ob einer seiner Männer vor Morgendämmerung zurückkehrte. Sein Versteck war ihm lieber gewesen als das verwahrloste Restaurant, da Quinn und Thor und möglicherweise weitere Brüder auf der Jagd nach ihm waren. Und er fürchtete, eingekesselt und getötet zu werden. Also hatte er sich in einem alten Wohnhaus verkrochen, das eine gute Sicht bot und jede Menge Fensterscheiben, durch die er sich dematerialisieren konnte, wenn er auch nur die kleinste Unregelmäßigkeit im Pfeifen des Windes bemerkte. Während er die Stunden abgesessen hatte, waren seine Gedanken immer wieder zu Leila gewandert, was sich als Vorteil erwies, weil ihm bei der Erinnerung an ihre nackte Gestalt jedes Mal heiß wurde und seine ungewohnte Müdigkeit verflog. Die Dämmerung war rangenaut, ohne dass er einen festen Plan gefasst hatte, was er tun würde, wenn seine Leute erschienen. Sicher war nur, dass er nicht zu dieser kleinen Ranch zurückkehren würde. Zumindest hätte er mit dem Aufgehen der Sonne nicht mehr fürchten müssen, dass die Brüder nach ihm suchten. Das Problem mit dem Tageslicht betraf sie alle gleichermaßen. Doch dann waren seine Männer gekommen und hatten sich im Schneegestöber materialisiert wie Geister, die auf einem Friedhof landeten. Einer nach dem anderen. Xor hatte sich so über ihren Anblick gefreut, dass er den Mund geöffnet hatte, um von seinem Aussichtspunkt am Fenster aus nach ihnen zu rufen. Doch jahrelanges Training hielt ihn davon ab, bevor auch nur eine Silbe über seine Lippen kam. Er hatte sich zusammenreißen müssen, um eine Weile zu warten, bis feststand, dass ihnen niemand gefolgt war. Und als er ihr Lager betreten hatte, war er unsicher gewesen, wie sie ihn empfangen würden und ob die Machtverhältnisse, die er geschaffen und mit brutalen Mitteln aufrechterhalten hatte, noch galten oder ob es endgültig zur Meuterei gekommen war. Doch sie empfingen ihn als Bruder, als einen, den sie für tot gehalten und zutiefst betrauert hatten. Wie sehr er sich wünschte, er könnte die kameradschaftliche Stimmung, die Freude über das Wiedersehen noch länger auskosten. Aber er hatte nur wenig Zeit. Und je länger er bei ihnen blieb, desto mehr brachte er sie in Gefahr. Du bist der Bruderschaft entkommen, schnaubte einer stolz. Wie viele konntest du töten? Er dachte daran, wie Krön diese Eisenstäbe des Tores in der Höhle umklammert hatte. Ich habe keinen von ihnen getötet. Und ich bin auch nicht frei. Was soll das heißen? fragte Cyper. Im Schein der Taschenlampe verschränkte Xor die Arme vor der Brust und blickte seinen Männern nacheinander in die Augen. Ich habe dem blinden König die Treue geschworen. Ich habe mich dem Thron verpflichtet. Wie erwartet, folgte Schweigen auf diese Erklärung. Dann wurdest du gezwungen, sagte Cyper schließlich. Der Schwur der Gefolgschaft war der Preis für deine Freiheit. Nein, ich habe Rav Treue geschworen, nachdem ich freigekommen war. Balthasar schüttelte den Kopf. Dann hatte ich die Auserwählte dazu gebracht. Nein, der König. Xor sprach langsam und deutlich und baute darauf, dass die vielen Jahre, die sie gemeinsam auf dem Schlachtfeld überlebt hatten, seinen Worten Gewicht verlieh. Ich bin aus freien Stücken zu Rav, Sohn des Rav gegangen. Es hatte nichts mit Laila zu tun und diente auch nicht dazu, vergangene Taten wieder gut zu machen. Du hast dich unterworfen, fragte Cyper. Ei, und ich sage es euch allen, der König möchte, dass auch ihr ihm teuer schwört. Befehlst du es uns? Wollte Cyper wissen. Nein. Wieder sagt Xor seinen Kriegern nacheinander in die Augen. Er will den Schwur im Gegenzug für die Aufhebung eurer Todesurteile. Er wird euch vom Verrat freisprechen und euch eine sichere Rückkehr ins alte Land gewähren, wenn ihr zu ihm geht und ihm eure Loyalität versprecht. Aber du befiehlst es uns nicht. Ich kämpfe Seite an Seite mit jedem von euch bis zum Ende meiner Nächte. Aber ich werde euch nicht zwingen, euch einem Anführer zu beugen. Niemals. Dafür respektiere ich euch zu sehr. Außerdem vermute ich, dass Rav es ohnehin bemerken würde. Denn obwohl er blind ist, sieht er die Dinge mit großer Klarheit. Ein Rauen ging durch die Gruppe. Dann sagte eine tiefe Stimme, Was haben sie mit dir gemacht? Es war Sinn und es war keine Frage. Sie haben mich am Leben gehalten. Obwohl du ein Verräter bist, sagte der Krieger und kam einen Schritt auf ihn zu. Du hast dich gegen ihren König aufgelehnt und sie haben dich am Leben gehalten. Ich wurde auf dem Feld verletzt. Sie haben mich zu sich genommen und am Leben gehalten. Cypher schüttelte den Kopf. Rav ist genauso wenig für seine Schwäche bekannt wie du. Das ergibt keinen Sinn. Aber es ist wahr. Xorho beschwörend die Hände. Ich sage euch nur, was geschehen ist. Ich wurde auf dem Feld verletzt. Sie haben mich zu sich genommen. Sie haben dafür gesorgt, dass ich überlebe. Um ihn zu foltern. Gewiss. Aber wenn er Frieden zwischen seinen Männern und der Bruderschaft wollte, musste er jetzt ein paar Details weglassen. Ich entwischte ihn und nun bin ich zu euch gekommen. Das ergibt keinen Sinn, sagte nun auch Sünn mit seiner tiefen, bedrohlichen Stimme. Wurdest du von einem Teil der Bruderschaft festgehalten, ohne dass der König davon wusste? Die Einzelheiten spielen keine Rolle. Und ob sie das tun? Ich verstehe nicht, warum du dem König Treue geschworen hast. Du hast dich noch nie unterworfen. Das passt nicht zu dir. Xor lächelte kalt. Das war der längste Satz, den ich je aus deinem Mund gehört habe, Sünn. Wenn es jemals einen Grund zum Sprechen gab, dann jetzt. Ich sage es noch mal. Deine Worte ergeben keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum du dich dem König beugst. Mein Horizont hat sich erweitert. Oder dein Schwanz. Ohne nachzudenken, sprang Xor auf Sünn zu, obwohl sein Gegenüber deutlich mehr an Gewicht auf die Waage brachte als er. Pass auf, was du sagst, knurrte er mit gefletschten Fängen. Ich bin für Gleichheit, aber das hat seine Grenzen. Sie standen Auge in Auge voreinander, Brust an Brust, eine ganze Weile, während die anderen zurückwichen, für den Fall, dass es zum Kampf kam. Dann geht es also um diese Frau, höhnte Sünn. Um die Liebe meines Lebens. Merk dir das, du Penner! Xors Bindungsduft walte um ihn herum auf, als er das sagte. Sünn bemerkte es und zog die Brauen hoch. Fast unmerklich wich er zurück. Doch Xor, der ihn in- und auswendig kannte, fiel es auf. Eine Weile später nägte Sünn ganz leicht den Kopf. Ich entschuldige mich. Angenommen. Doch Leila hat nichts mit der Sache zu tun. Die Aggression im Raum schwand und seine Männer atmeten erleichtert auf. Doch Xor gab ihnen keine Gelegenheit, sich zu entspannen. Wie gesagt, wenn ihr treuisch wird, wird euch die Strafe erlassen. Aber ihr müsst ins alte Land zurückkehren. Genau wie ich. Cyber lachte leise. Eigentlich wollten wir heute schon dort sein. Doch der Sturm hat unsere Abreise verhindert. Es ist, als hätte die Jungfrau der Schrift ihre Finger im Spiel gehabt. Ein glücklicher Zufall. In der Tat. Seine Männer verstummten und Xor ließ ihnen Zeit, ihn zu mustern und über seine Worte nachzudenken. Doch er konnte sich nicht viel länger bei ihnen aufhalten. Man hatte in dieser Nacht schon mal auf ihn geschossen. Er wollte ihnen nicht die Brüder auf den Hals hetzen. Jetzt wisst ihr, wie es steht, sagte er. Ich gehe nun und lasse euch in Ruhe überlegen. Solltet ihr euch nicht fügen, werdet ihr vermutlich eine Weile im alten Land sicher sein. Doch ich bin diese Art von Dasein, die euch dort bevorsteht, müde. Ihr müsst ständig auf der Hut sein, denn Raph wird euch nachstellen. Das muss euch klar sein. Es wird dauern, weil ihn im Moment andere Probleme beschäftigen. Doch irgendwann wird euch seine Rache ereilen. Er möchte Frieden, aber er ist kein Schlappschwanz. Warte, unterbrach ihn Balthasar, warum ist das für uns riskant, in deiner Nähe zu sein, wenn du mit dem König Frieden geschlossen hast? Denn das ist doch wohl der Grund, warum du uns verlässt? Xor zögerte, doch dann beschloss er, dass er ihnen ein gewisses Maß an Erklärung schuldete. Ein paar der Brüder akzeptieren meinen Schwur nicht. Der Vater der Kinder, der auserwählten, meinte einer seiner Krieger. Dazu sagte Xor nichts, denn das ging niemanden was an, auch wenn es die Wahrheit war. Er hatte nie bestritten, dass die Auserwählte schwanger war, es aber auch nicht kommentiert. Er sprach nicht über sein Privatleben. Nie und mit niemandem. Xor trat zur Tür. Ich gehe jetzt. Ihr habt genug zu besprechen. Wir treffen uns in 24 Stunden wieder. Dann erwarte ich eure Antwort. Vermutlich wussten sie schon jetzt, was sie tun wollten. Aber er brauchte Zeit, um sicherzustellen, dass seinen Männern keine Gefahr drohte, wenn er sie zu Rath brachte. Wohin gehst du? fragte Cyper. Morgen Nacht um vier. Xor wandte sich ab und bevor er die Tür öffnete, blickte er nochmal zurück über die Schulter. Ich hätte nie gedacht, dass ich euch wiedersehe. Dass seine Stimme brüchig klang, konnte er nicht ändern. Es war der Beweis dafür, wie sehr er sich geändert hatte. Dabei war er nicht zu einem neuen Mann geworden, dachte er, als er sich gegen die Kälte wappnete und in den eisigen Schneesturm raustrat. Vielmehr hatte er sich in sein ursprüngliches Ich zurück verwandelt. In den Vampir, der er vor der Korruption durch Ehrgeiz und Grausamkeit gewesen war. Und diese Rückverwandlung war ihm so willkommen, wie es der Anblick seiner Krieger gewesen war. Sie waren seine Familie, die einzigen, die ihn je angenommen hatten, während alle anderen ihn abgewiesen hatten, ob verwandt oder fremd. Als ihm der Schnee ins Gesicht peitschte und der Wind durch die geborgte Kleidung blies, hoffte er, dass er einen echten Frieden mit dem König aushandeln konnte, der seinen Soldaten Sicherheit gewährte. Wenn er schon nicht mit der Vampirin zusammen sein konnte, der sein Herz und seine Seele gehörten, wollte er sich zumindest um die Krieger kümmern, die ihm so lange treu gedient hatten. Er hatte so vieles wieder gut zu machen.